kohle und auch immer so viel zack so da haben wir nix mehr wahrscheinlich 3040 10 912 ich wüsste was es heißt so farmen brücke hey marshmallow gesicht bin ich froh dich zu sehen schnell ich brauche tonnweise kacke sie lachen jede kacke die du finden kannst keine zeit für erklärungen viele hier geht es wirklich um leben und tod 500 kacke ach du scheiße ganz genau das will der mit so viel kacke spinnt der da muss aber noch bis sie warten das dauert nämlich bisschen bis wir so viel kacke haben kristalle haben wir jetzt gut das finde ich schön lavendel sex lavendel erschöpft jetzt wollte ich mal gucken opel irgendwas wollte ich gucken das ist aber nicht mehr was kein nacht schatten so ein mist und trübes nacht schatten hier da da gibt es gar nicht viel das ist erschöpft bei der nexie da ist auch noch einer 24 ich glaube da kann man schon wieder was bauen oder waren es 30 ich weiß gar nicht mehr ich weiß gar nicht mehr kürbis nehmen wir natürlich mit so ich 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 genau ich genau ich mal gucken nee das brauchen wir nicht Lavendel nein da das hier Leder brauchen wir 9 sonst weiß ich gar nicht ob das langt höh höh so 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 kühle kühle schön dass die im dunkeln so leuchten vielleicht sind die radioaktiv kann natürlich auch sein so 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 Genau, Leder. Ja. Was ist da hier? Oh, nicht cool. Brücke fast kaputt kaut, super. Lavendel, Lavendel, Lavendel. Nee, kannst du auch was kaufen. Ja. 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 Sorry. So. Bis ich sammeln, solange ich noch die Feuerachse habe. Die Münze sind 100% Mehrwert. Nice. Kommt jetzt danach auch diese riesige Lavendel, Lavendel, Lavendel am Arsch. Ja. Naja. So. 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 Woher? Ne. 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 bietzeli sparen was ist jetzt auch steinig laut sagt ach ja immer wenn du wenn du das rausfinden ist am anfang mit den vier säulen in welcher reihenfolge man die drückt dann bitte bescheid sagen das macht die mia wahnsinnig und ich habe es nicht versucht nicht wirklich weil ich möchte doch nicht die mikrofon probieren auch fast zufällig herausfindest wie es läuft dann mit dem schein geben noch das habe ich schon gemacht und wie ging es ich habe ein paar mal drauf gedrückt und kaum nichts von mir gedacht auch so was war denn jetzt schönes was soll es nur pigment so sieht das weißen papier flaschen für ihr gutes problem bau mal nebenher ein bisschen lego weiter ja viel spaß hallo und was für ein ding baust du hast du was hast du gesagt hast du letztens kaufen wolltest oder gekauft hast in meiner unglaublichen demenz natürlich wieder vergessen so ungenutzt vielleicht hälfte die sollen haben diese doch diese muss darauf denkt euch die als zahlen eins ach so und ist ja voll einfach ok als zahlen muss ich denken naja rechts unten links oben rechts oben links unten links oben dann rechts oben ach das gibt so ein ding ok nehme ich natürlich das nehme ich denn da sofortiger stufenaufstieg ich nehme schon wenn wir noch mal ein permit gibt sich ein bild ja gerne im moment so bitteschön den muss ich anschauen den link und rennwagen alter vater so ein geiles teil es gibt so schöne lego sachen wie gesagt ich hätte auch echt mal bock wirklich hart bock sogar oh ja oh ja nö den habe ich jetzt nicht krumm sehen so schon wieder her ich bin hungrig so sagen wir dann mal was ihr aus der kiste bekommen habt die durch die ihr durch die sollen bekommen da kriegst du sohn also ich habe das so ein steinchen gekriegt wo es dann die es um wert aufwerten konzentrieren herz container mehr oder mehr ausdauer oder sowas ich habe aber mehr damage habe ich genommen so auf was arbeite ich eigentlich gut hin ach so auf kohle wahrscheinlich ziegel jetzt kommt man denn da ist da würde ich gerne Was ist das denn? Achso, ich brauche erst ein bisschen Holz. Ich habe eine Nerdbrille. Was hast du eine Nerdbrille bekommen? Wie geil hast du denn? Hat ihr irgendwelche Werte? Oder schaut ihr einfach nur cool aus? Wo bin ich jetzt hier? Geht es hier in die Hölle oder was? Schaut so aus. Hoffentlich gibt es Plastik in der Hölle. Die Brille gibt es 20 expo cool oder hat irgendjemand gekrummelt? Öh, wer bist denn du? Oh, ein Dödel. Lame. Hallo, herein. Okay, das geht nicht. Oh, oh, oh. Ui, ui, ui. Hallo, die Herrschaften. Sie sind ja richtig fiese Gesellen. Oh, da kriegt die Mohnhörner. Ui. Ach, jetzt kann ich nicht mehr. Aha. So, aha, aha. So ist es. Oh, hallo. wohl kommen sie mit können sie da können sie nicht muss ich jetzt auch in richtiger reihenfolge drücken willst du mich verarschen da gibt's bestimmt irgendwo ein hinweis wie man die herzen auffüllt entweder mit brot ist du dir herstellen kannst wenn du eine mühle hast wenn der mehl machst und ein brot im ofen oder naja fleisch kochen kochstelle und fleisch kochen gekochtes bleich gibt auch herzen moment vielleicht doch mal aber was macht geht es auch interessiert ist überhaupt ja doch oh nein ich habe das spiel klein gemacht scheiße ich habe irgendwas moment der leuchtet automatisch irgendwie jetzt nicht mehr gott er ist irgendwie automatisch gelaufen weiß nicht warum von der panik na gottes willen warum ich aber es war knapp hallo herr schlüssel kommt mir auch ein bisschen so vor wie die binding of isaac finde ich aber da geht auch nicht höhe ja wo will er den dann will er hier will er hier will er auch nicht der lämmel und hier will er auch nicht da weiß ich gerade auch nicht so wirklich wo ist hier also ja 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 okay cool also hier war der schlüssel daher kann ich nicht ohne rätsel gehen möchte irgendwas was ich noch nicht habe vielleicht da machte mir nicht auf da geht auch nicht doch immer glaube ich irgendwas geholt upala voll reingelaufen gut so nicht dann vielleicht hier hat dann weiß ich jetzt auch nicht damit so vielleicht später noch mal versuchen vielleicht haben wir noch fehlt ach mein gott einfach nur weiter zurück da ist ein grüner na gut feuerstab sprengen objekte und gegner alles klar okay das geht nicht doch geht nichts auf was heißt es ist wir achte ist der code für hinten moment moment 2 3 1 6 4 für das gut nee da war es nicht aber halt so so 1 2 3 4 für nev 6 lud 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 ouch ich tüte pdf pf 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 und da wollen wir immer noch nicht rein haben wir noch irgendwas kommt hier aber auch h da ist der chef schlüssel macht es überhaupt der mensch moment vielleicht noch erblitzen sind sie noch nicht so wirklich der fast kind der mensch war doch das geht das lädt ja so lang jetzt was ist jetzt schon wieder das kann ich nicht bewegen ausgleichen und glückkommt Peef Paff Peef Paff Zakk 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 Bem Ach, jetzt habe ich das Spiel schon wieder verkleinert. Entschuldigung. Jetzt läuft er schon wieder. Nee, geht auch nicht Ich kann wieder nicht nach unten gehen. jetzt hat komisch moment die die hat er geht durch ok jetzt bewegt es sich wieder der schlund sie die tipps oder er nicht dämonenjäger feier siegel nur für jene den feuer tempel abschließen zeichen der bewährung ok ok gut das haben auch dann kann man hier so ein zeichen der bewährung benutzen da manchmal energieerhöhung und skill punkt was ist mit der bank ich mach mal kann ich mir jetzt bank bauen dass man wieder aufräumen hier bau im wirtschaft bank 15 siegel hätte man da gerne so jetzt gehe ich mir noch mal gucken noch lavendel sorry kuh ja da oben so jetzt hier noch irgendwo lavendel da war damals schon zehn das ist ja der wahnsinn kann ich lavendel eigentlich anbauen das wollte ich eigentlich ursprünglich schauen falsch natürlich nicht schade schade so eine bank und ich habe gar nicht groß na nee da kann ich es nicht machen hier auch nicht hier wird es gehen so was macht jetzt ach die produziert durchgehend münzen oder was krass die denn will man sich nicht beschweren ich sollte essen wieso so wir haben aber immer noch genügend geld für land das ist da unten mal ein bisschen übel 4 5 5 7 okay was ist denn das so viel geld ausgegeben für so einen kleinen hobby der da sitzt was soll denn das hoffentlich will der was gescheites ich heiße hopfrog und habe dieses spiel gemacht ich frage mich wie viel du über forager weißt spielen wir ein trivia minispiel bei einer richtigen antwort bekommst du super seltene belohnungen geil jetzt tun sie auch noch daten sammeln mit in-game-quizzes krass irgendwie los wie lautet der echte name von prinzessin bla 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 blablabla falsch was ist zweimal 8 40 90 ach scheiße ach so knapp okay nächste Frage wie viele gegner hast du bisher besiegt ich bin pazifist alle was das war ein gegner hä ah schade das nenne ich mal falsch Arschloch kann ich nicht leiden keine sorge die nächste weist bestimmt was ist der sinn des lebens 42 soll A aus auch B sind richtig um Forager zu spielen um Materialien zu sammeln das hier hast du es überhaupt versucht oh man ich glaube man kann nicht richtig antworten wie werden Videospiele gemacht Kaffee rein Code raus durch Magie nur jetzt im Keller mit Kaffee und was irgendwas Kaffee rein Code raus ne auch nicht wie wirst du Forager bewerten positiv ah positiv ich glaube positiv positiv auch falsch falscher geht es nicht what mach mir weiter ich habe jetzt die Windmühle wie mache ich jetzt Brot ähm jetzt kannst du in der Mühle wenn du Weizen gesammelt hast kannst du ähm Mehl machen und mit dem Mehl gehst du dann zu deinem normalen Ofen und dann kannst du ein Brot machen Shovel Knight war ein warmreichendes Spiel ich stimme dir nicht zur Stimmung nicht zu das ist nicht mehr an den Richtig an dieses Minispiel liegt ja gar nicht wie lautet die korrekte Antwort auf diese Frage nichts war auch so falsch du hast keine einzige Frage richtig beantwortet du bist ja der schlechteste Trivia Spieler den ich kenne aber keine Sorge du bekommst einen Trostpreis danke dass du Forager spielst hoffentlich hast du Spaß naja ich weiß nicht was ist das Skelettmaske Skelette greifen dich nicht mehr an what ok stimmt das ist ja praktisch ist jetzt nicht notwendig aber praktisch bitte 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 gerne oh das Wasser gefallen jetzt kann ich die einfach kaputt machen wenn ich lustig bin kann sie aber auch rumlaufen lassen das ist ganz cool aber der ist ja so schnell da ist Gold ich hätte die ganze Zeit auch gekochten Fisch machen können na stimmt ja das lag dann aber daran dass ich das selber nicht gemacht habe deswegen wusste ich das nicht obwohl kannst du das auch so oder brauchst du dann eine Kochstelle dazu ich hätte gedacht dafür braucht man eine Kochstelle hatte da nicht Scheiße erzählt Pizza coole coole das lohnt sich noch nicht Gelee das lohnt sich 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 das lohnt sich